Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde CSGO, diesmal hier auf der neuen Karte Bazaar. Mit dabei ist heute der EO, der Disaster, Miss Wolfi, und der Captain Snipes. Immer bin ich das letzte Schande über dich. Ich hab dich letztes Mal das erste Mal genannt, glaub ich. Ich hab dich letztes Mal. Ich geh auf A. Ich geh auf B. Äh, nee, das ist A. Ich geh auf B. Ich komm mit Karten mit. Dann geh ich auch mal drüber. Ich bin grad noch leicht verwirrt, aber... Ich schaue links. Nicht nur du. Wir sind schon. Ich glaub, die gehen auf B. A sind zwei down. Ich renne durch irgendwelche Geschäfte. Ach, eho. Bin ich in irgendeinem Zimmer? Da ist nochmal einer unten. Ich komm jetzt von hinten, Achtung. Wir sind nochmal zwei Klamotten da. Da, unter dir war auch nochmal einer. Ja, du bist direkt im Weg gestanden. Ich dachte, du konzentrierst dich auf den unter dir. Okay, und das ist der letzte. Sehr, sehr schön. Ich hab dich da mal nen Gegner gesehen. Nein. Hey, hier gibt's. Da, ich hab die Bombe gefunden. Das ist nicht wichtig. Ich nehm jetzt den Shotgun mit, ey. Natürlich. Ähm. Oh Mann. Ne, ich muss die Kampf-SMG mitnehmen. Die Kampf-SMG. Die Kampf-SMG. Ja, ich wette, jetzt kommen sie alle zu mir. Ja, ich lauf nochmal genauso durch wie grad eben. Also, macht einer mit-Sniper dann später eigentlich? Ja. Also, ich fahre wieder durch die Gegend. Mach, ich geh doch nur, Schau. Also, A. Kannst du unten schauen? Da schau ich doch den Gang. Ich grad vor. Ja, kommt nix. Da oben ist einer. Ja, ich hab den Lastwagen. E. Ich, ich nehm Level. Ich kann dann oben nichts machen. Ich komm wieder von der Hüsten. Das ist, das ist, das ist. Der eine ist da. Hier ist nix, E. Doch, da ist einer. Aber egal. Ich hab die Bombe, ich hab die Bombe. Ja, also, auf B sind sie durch. Ich hab die Bombe hier. Hab noch einen. Auf B durch. Das ist der letzte. Wie kann der durch sind? Und außerdem blickt die Bombe auf den Boden. Ja, warte, ich nix ja wieder halt. Ich hab wieder, ich hab einen Gegner gesehen. Ja, da ist die Leiche. Ja, da ist die Leiche. Ich hab was getan. Ich hab auf C4 gefasst. Ich bin crept. You are so crazy. Was, sag mal, kommt das noch mieser vor? Das ist die Map extrem City-sided. Das ist ne Bombe der Fusion-Map. Die sind am meisten City-sided. Boah, das sehen wir ja dann später. Ja, wenn wir T-Side spielen, richtig. Super, sehr aufbauend. Da liegt Müll. Der räumt ihn nicht auf. Desaster, komm mal hierher. Wo ich steh. So, ich mach nochmal das gleiche Spiel. Ich bin grad schon weit da. Ah, lang. Ah, lang, die kommen. Innen auch, innen auch. Oh, fack, ich hab's, war fast verlescht. Uhu. Bila, warte, ich komm hierher. Oh, ich bin tot. Die Bombe kommt innen über den Raum. Okay. Äh, das ist hinter. Genau da, wo ich sie berühren fast. Da kommt die Bombe durch. Nein! Uh, keine Munition mehr! Äh, ich hab keine Mun mehr. Gar keinen mehr. Oh, lol. Der in der Diegel. Könnt ihr mir mal bei A helfen? Das sind zwei gleich auf dem Soundspot. Loll, ich hab den Neck gesehen. Was? Was war das? Ich seh ihn die ganze Zeit und denk nur so. Siehst du den? Könnte aber schwerfühlen werden. 4 AP. Der letzte hat mir in der Diegel. Auf den aufpassen. Der ist von deinem Kunden in der Diegel, muss ich sagen. Mhm. Ich hab da auch jetzt ne Diegel. Oder war das der? Ritten der rennt zu B. Wo liegt die Bombe eigentlich? Die liegt gar nicht. Er hat sie. Er hat sie. B. Nein, mein Spiel hängt. Oh Gott. Da lieg ich. Jei. Wo liegen eure Waffen? Wo liegen eure Waffen? Ich brauch nämlich eine. Der saß nicht in meinem Antietal. Hier in Landova. Das Name ändert. Scheiße, wir müssen schnell machen, das ist grad das Problem. Ich hab noch die AP. Ja, sehr schnell. Halt euch. Lauft. Rennt. Printert. No. Sehr schön, jetzt. Der Foodzone. Achso, der ist hier. Ich hab ein Kit. Der Foodzone. Sehr schön. Der sah so aus, als würde der noch knühen, deshalb würde ich tausend noch drauf sitzen. Hm. Äh. Sehr gut. Der Foodtaden. Magst du die, die saß, magst du deine Lover wiederhaben? Ja, bitte. Achso, meine Freundin, ich hab, ich hab ne AWP. Jetzt beginnt der Spaß. Jetzt ist nicht bei dem Flug. Da. So. Oh, okay. Bitte. Geil, die watch me on Twitch. Watch me on Twitch. Die saß da? Ja, ja. Watch the episode on YouTube. Ja. Da ist ne unsichtbare Waffe. Ich hab'n' geäußert. Flaming don't smoke. Nicht mit den Gegnern flirten, du. Bei mir. Also bei A ist das A. Der ist schon, die Gegner genauso. Äh, Hilfe. Lastwagen ist kurz nix. I need help. Ich versuch mal zu kurz. Innen, innen durch A. Das kann aber nur aus einer sein. Oder? Hab' ihn. Ne, das sind zwei, drei. Ich bin tot. So viel zum Thema. Das kann nur einer sein. Wolf, die sind da links. Ja, ich weiß. Oh, EO. Hinter den Tresen. Wenn du reinkommst, links. Also, also gegenüber links. Ja. Der war da eben auch schon. Der schön. Okay. Das ist nochmal da. Na, verdammt. Einer hat mich. Zwei sind auf A. Planten. EO, ich komm von der Linkseite. Das bin ich. Ich hab noch nicht gesehen. Du liegst sehr elegant. Ich weiß. Wo ist da deine Arme? Wunderschön. So. Warte, ich steh kurz liegen. So, so. Ja, aber, ja. So, okay. Hey, ich hab' mir auch noch raus. Danke. Thanks to you. Es ist ein schön. Ich hab' dir meine Schallgedämpfte M4 für mich. Danke für die Mut, Joss. Äh. Oder habt ihr alle Schallgedämpften drin? Musst du abschrauben? Dann ist er aber nicht dieselbe. Ich bin. Einer ist M4A1, das andere ist M4A4. Richtig. Der packt einen seine Knowledge-Eins. Ja, Entschuldigung. Ich interessier mich halt ein bisschen für Waffen und so'n Scheiß. Komm, Melonenlaster. Ich schau immer wieder. Da ist ein Laster und das sind Melonen. Das ist der Melonenlaster. Ach, scheiße. Ich mach grad kacke. Karten, schau mal links da. Ich schau mal mit einer Arbe. Mach du mal die. Melonenlaster tot. Das sind mehrere Regeln. Melonenlaster die zweite tot. Der Bombe liegt. Melonen... Melone rennt nach hinten, würd' ich sagen. Die hauen ab. Komm, ich geh grad von T-Base. Ja, die komm' ich hingegen. Ich mein' mir... Hä? Da ist einer. Kann man was auf, ja. Sperrung. Hab' mich böse gehauert. Ist wieder Melonenlaster. B auf B, um zu stoppen, falls sie rotaten wollen. Bin ich, das bin ich. Bombe liegt. Bombe liegt, Melonenlaster. Freddy, wo... Scheiße. Einer direkt rechts ums Eck. Einer direkt rechts ums Eck. Freddy spielt nicht mit. Ach nee, Freddy ist ja gar nicht mit da. Ich denk immer, Pellblow ist Freddy. Baller einfach weiter. Und jetzt zurück. Oh, schade. Mäh. Er hat den noch getroffen. Sehr schön. Komm, der ist um die Ecke. Okay. Das ist Nasse. Sehr schön. Voll legt eine Arbe. Kannst du die mitnehmen, dass ich meine Arka nicht schon rauskomme? Wo, wo ist die Arbe, wo ist die Arbe? Ich weiß es nicht, ja. Ah, shit. Snipes, hast du Geld für Arbe? Na klar, locker, ja. Schüttel die aus dem Ärmel, ja. Kein Ding. Sollen wir eigentlich tauschen, dass du die Melonenlaster gehst, weil du bist, du hast die AWP. Ja, ja. Ja, tauscher. Geh ich, geh ich mit dir. Geh ich zu den Melonen. Mach du Melons. Aber ihr hüßtet der rote Streifen unten schon aufgefallen. Was? Ah, ah. Das Streifen. Der rote ist der Streifen. Erotische Streifen? Ja. Der rote. Smog. Auf Melonenlaster. Die Smog war vielleicht nicht so klug geworden. GG, jo. Au. Da leckt einer durch die Gegend. Versauber. Melonenlaster 2, Melonenlaster 3. Ich verschiebe mal einer weg. Kannst verliehen, kann man nicht flotate drüber. Die gehen immer auf A. Ah, da bleibt mich erwartet. Melonen AWP. Ich geh wieder zurück zu A. Der ist rechts. Das sind zwei im Geschäft. Melonen rinds zurück. Das war die Bombe auch. Ich geh auf Steps. Ich werde verschieben sie zu B. War ne Autotacker. Die Bombe ist auf B grad. Also auf dem Weg zu B. Nee, Bombe auf dem Weg zu A. Ist down. Von T-Spawn? Kaden, dann schaffst du's dann. Bleib ich noch hier. Da war ich Verstand. Oder soll ich zu dir gehen? Okay, easy win. Kaden macht einfach einen 3K. Okay, komm bringe. Wolf bei mir. Wolf bei ihm hat so Muster. Die standen schön in einer Reihe. Konnt ich beide gleichzeitig nehmen. Aber, schau doch mal. Ah, der weiß es. Wolfi, schau doch mal die schönen Polenberänder zusammen. Warst du Waffe? Nee, du hast Geld. Schau mein Geld an. Ich überlege gerade mal welche. Ich hab nur gesehen, dass du keine Waffe hattest. Und hab dann erst auf das Geld geschaut. Ich habe keine Waffe. Er hat keine Waffe. Hast du schon. Ui, yo, kann doch smoken. Und da läuft's gerade irgendwer. Ich hab die Runden davor immer gesmokt. Ich hab drei Leute. Vier Leute. Okay, ich glaube, hier bei A kommt nix. Nee, da kommt die Gegend auf B. Da kommt die nichts machen, selbst. Letze kommt auf B. Hm, hier ganz hinten B. Ähm. Ich versuche irgendwie einen Weg zu finden. Ich hab keine Ahnung, wie ich laufen muss. So geht's mir auch immer. Ah, hier ist ein Weg. Ich geh mal da, da wo B an die Wand geschnitten ist. Ich glaube, da geht's okay. Die haben abgefackelt. Ich muss kurz warten. Ja, dann geh ich da nicht durch, weil dann wissen sie schon. Dann geh ich einen anderen Weg. Ja. Ah, wie sind die das schon? Was für Schlawine. Oh Gott! Ruf! Fuck. Nice. Okay. Okay. Ähm. Wölf, ihr willst du, willst du ne Auk? Ich hab mir aus den Auk gekauft. Nee, da hab ich auf der Map da. Ich grad die. Ja, komm. Ja, komm. Ich da, ich da. Vielen Dank für die Empfie. Smok, smoken über dies mit. Ne, oh, oh, okay. Ich kann auch nichts smoken. Kann nicht mehr, das nicht so gut wie Lohn. Lass da schauen, weil ich, äh... Ich hab zwar kein Geld mehr. Ich hab zwar kein Geld mehr. Ich hab zwar kein Geld mehr. Ich hab auf 2,4. Ich hab auf 2,4. Ach, tun wir. Bei mir ist einer. Ich glaub nicht noch einer. Loll. Shit, was mein NLG-Tring einfach nicht was ist. Ach, Mann, hab ich den auch nicht getroffen. Einer geht noch. Einer kommt zu A. Ich muss grad's abkalkern, mein NLG-Tring. Hast du ihn? Übrigens. Kann man, kann man irgendwie meine A-Water mitnehmen? Ich hab seine Melona mal. Erstmal die Runde machen. Ne, Wand. Ja, nachher dann. Klatscht. Die liegt dann, die liegt bei, bei B-Eingang. Also von uns um Spawn gleich. Den blenden. Oh, fuck. Boah, wie ich's verkackt hab. Du bist last. Was könnte sein, dass gleich einer von hinten kommt? Dahinter ist einer, das ist das Problem. Einer kommt dann noch von... Ja, den hab ich. Die Bombe deckt. Ne, der ist inzwischen wieder on-swat. Ja, ja. Ist die geplant? Nein. Nice. Nimm die A-Wer, nimm die A-Wer, nimm die A-Wer. Da ist keine A-Wer. Doch! Da links. Mach da einfach mal ein 4k. Ne, 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 ne. War das gar nicht ein Ace? War da nicht die Entry-Team? Stimmt. Echt? Könnte ein Ace gewesen. Ich dachte... Ich hab's ja auf Aufnahme erst. Wir können's ja später nachschauen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil... Welche Runde waren das jetzt? Die Achte? Okay. Grad hab ich echt einen rausgerannt. Ich dachte grad auch, dass wir ein Ace gewesen. Ich hab noch mal so ein bisschen mehr auf die ist auf der Map. Ich hab noch 4 Runde. Ich hab noch so viel mit dem anderen gerissen. Ich hab noch so viel mit dem anderen gerissen. Ich hab noch so viel mit dem anderen gerissen. Tade. Ich renne über Melonenlaste raus und schaue, ob ich was hände. Der komische Spiel B ist nix, der ist ziemlich ruhig. Die warten diesmal. Die wollen schauen, ob wir rushen. Wir suchen ein schönes Aufbauspiel. Schön, ich sag's dir. Ist da noch jemand? Ich habe nur einen gesehen, es ist auch nur einer mir ins Visier gelaufen. Keine Ahnung, wo der zweite oder ob der Flucht ist. Oh, das ist schön. Hinten, hinten, hinter Melonenlaste, da bin ich schon. Oh, was ist zu wissen hier? Hör selbst bei mir auf B. Hier sind welche bei mir. Ja, einer ist da, noch. Wie saß das? Siehst du grad meinen Spot? Ero, er könnte bei dir von hinten kommen. Ja, ich weiß nicht, aber ich hör das. Wolf, wie viel waren das? Einer nur noch, oder? Einer war bei mir. Loll. Desaster von zwei Seiten. B, das auch. Ich geh über CT spawnen. Desaster, ich bin hinter dir. Der andere, der letzte ist on spot B. Ist on spot. Ich will jetzt nicht in den Schuss laufen. Ja. Kann ich kurz vorbeihörschen? Jaja, links hinterm B-Schild. Habe ihn. Es ist down. Es ist down. Hast du Diffused? Ja. Ich hab Diffused. Hast du Diffused? Diffused. Diffused. Warte, Diffused ist auch kurz mit Dabe. Es ist Diffused. Oh Mann, Desaster. Irgendjemand, der viel Geld hat, bitte ne Waffe. Ja, warte. Was willst du haben? Was willst du? Eho, was willst du? Ne Shotgun. Warte, was für ne Shotgun? Normale? XM? Ich hab ne Shotgun, was grad sowieso schon eine gekauft. Warte, deine Waffe solltest du wieder haben? Ja. Ich hab mal die Runde grad nicht einmal Kevlar kauft. Ach, das ist los doch. Du kackt wohl. Was ne. Oh, du brauchst keine Kevlar. Wenn sie nicht crushen, bist du sowieso. Eigentlich könnte jetzt jemand von uns auf den Stream von denen schauen. Wir wissen, wo sie lang gehen. Weil wir grad 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 die Incentralen sind. Bei mir. Halbeninute. Das ist aber immer noch mehr. Äh, weniger, wie wenn jetzt jemand zu zuschauen, der hätte 3 Minuten. Da sind zwei bei mir. Die sind auf B3. 3B, einer da. Da fehlt einer. Wunderbar, wie geht's hier? Einer ist bei mir, genau der. Achtzig in 3. Ja, zwei Ra... sind 3s und sind bei T raus. Hello my friends, it's time for A's. Oh, ja. T, ich hab leider keine Auge gehabt, deswegen mach ich jetzt keine A's an den Fakak instant. Was? Oh, safe die bitte. Mit einer AWP. Die T-Spawn uns. Ja, safe bitte. Der Gegner hat jetzt auch meine AWP. Soll ich die jetzt echt safe'n? Yes. Geh auf Exit Kills, stell ich irgendwo safe hin und geh auf Exit Kills. Genau, warte. Ja, da macht man nix. Ist grad der Moment am safe. Ich werd's eingerascht und wollte nen Ace machen, ja aber... Ich bin der AWP. Mit dein Auto AWP. Genau. Genau. Geh auf Gegen, dann teilt sich die Kugel in 5 und dann BAM. Perfekt. Wir haben die Suche nicht. 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 Wir sind einfach in die Duften, die Kugel macht nur den Rest. Richtig. Da kommt der erste. Da steht einer. Warum? Tust du? Ja, ich hab grad gelabert und nichts gesehen. Ja. Weniger Labern, mehr sehen. Von links kommt, der wär enthört. Von links kommt der wär enthört. Hier, gleich hoch. BAM. Da ist er. Da ist man, rechts. Kommt der? Nicht? Kommt der nicht? Ich sag doch, der kommt! Ein X. Shadow willst du mir die Dings hier erwerfen oder nicht? Was? Hier? Borgst du was oder? Ja, ne AWP. Maximal behindertheit. Hier hast du deinen AWP, was willst du? Schade, da ist eine unsichtbare Wand. Das ist meine Logik, weißt du, ich habe keine. So, ich schaue hier einen Melonenlaster. Da kommt nie was, das ist voll auswärtig. Ja, was ich meine kann, ob das B besser funktioniert? Ja, nee. Stabs mit. Ganz viele Stabs mit. Soll ich mal die Plätze tauschen, wenn es auf B besser funktioniert? Ba ba ba. Komm, komische Geräusche. Einer im Puff, ein zweiter im Puff. Ich bin im Puff, warte mal. Das ist für mich der Puff, das rote Ding ist der Puff. Einer kommt auf B, einen habe ich mitgenommen, aber der zweite nicht. Da kommt noch ein zweiter. Ich hänge gerade fest, warte. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Dreh um, wenn es kommt was von hinten. Ich weiß auch, ob da einer drin ist oder nicht, aber... Ich habe keinen Bock, von hinten irgendwie Stress zu bekommen. Wäre jetzt nicht so geil. Nee, nee, nee. Schön, das hast du. Erstmal alles durchwechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob der auf B durch ist, ne? Ich weiß das auch nicht. Es sind zwei. Beide auf B. Beide auf B. Verschieben. Wolfi, Snipes. Geh Pauli, komm schon unterwegs. Ich will wirklich schon mal den Ausstarten. Wollf. Pass auf, der schaut jetzt mit T-Bs raus. Fuck. Bitte zugreifen, Wolfi. Dankeschön. Fuck. Snipes ist nämlich auch schon da, der braucht Hilfe. Fuck. Der Gegner hat mir ab. Naja, aber wenn dir jetzt alle auf Snipes reagieren, dann... ...könnt Wolfi jetzt schön absnacken. Der letzte... Was ist der letzte? Hast du grad den Kopf nicht gesehen? Ne. Oder... Hinter den Kisten. Schleich dich zu den Kisten. Mein Herz drutscht grad runter, das ist scheiße. Da rechts. Schön defused. Oder lass Snipes, der hat da einen defuser. Wolfi, hol bitte, weil meine ABP. Bitte. Ich seh die Bombe nicht, weil das... Richtung Assisi T-Spawn. Läuf... Läuf nach... ...Nach T-Spawn. Läuf. Assisi T-Spawn. Die Bombe läuft davon hin. Die Bombe läuft davon hin. Die Bombe läuft davon hin. Warte, die droppt da vorne auch. Es soll manchmal verschieben... ...und ich geh mit... ...und ich geh mit... ...und ich geh mit auf B. Dankeschön. Dann tausche ich mit Karten. Okay. Gerade mal bin ich sowieso immer... ...rushen, dann gibt's heißen Scheiß. Aber ihr... ...bleibt da auf B, ne? Hier! Wo du hier immer stehst. Ja. Stehst du immer hier? Ja! Da, schau! Glaubst du gar nicht... ...gell, wenn wir da rein-snapen. Das Problem ist... Melonen, lass da. Ich bin tot. Ernsthaft, jetzt wechseln sie? Ja. Ich seh nur noch einen, da war ich schon instant, ey. Was ein Mungo. Das war aber nur einer. Ich weiß nicht, ob da... Ich hab nicht Zeus gehört. Da war noch einer, ey. Ja. Ja, Melonen. Auf A. Einer ist durch, durch'n Puff. Zwei sind durch. War durch'n Truff. Beiler Scheiß. Wenn du Wallbang mit der Waffe möchtest, schraub den Schall einfach ab. Oh Gott. Oh Gott. Äh, drei Leute auf A. Ach, du saßt denn bis auch hier bei T-Spawn schon? Ich wollt's hier von hinten nehmen. Ja. Ich dachte, du gehst von vorne. Oh, mein erst bin ich ruhig. Nein, ich sag jetzt nicht, was ich sagen wollte. Lass es einfach. Nicht seine Aufnahme. Jetzt bitte leise, danke. Danke. Na fuu. Ja, das hat er auch. Danke. Ich dachte, es war nicht. Dachte ich zuerst. Weiß. Ah, das war so klar. Warum lade ich immer nach? Warum wecksele ich nicht zu Pistole? Ich bin so cool. Hol dir den Melonen-Launcher. Melonen-Launcher. Der muss da jetzt raus, dann steckt er. Aber nicht deinen Traitor-Kollegen. Er stoppt auch. Oder so. Fuck. Aber er stoppt. Die haben drei Waffen gejobbt. Ich eh kaufe. Ich brauche. Was? Ich brauche mehr. Was willst du denn haben? Was willst du denn? Ich verliere gerade sowieso jede Hunde in die Waffe. Von daher. Ich kaufe mir einfach eine Pistole. Das wird passen. Du willst echt nichts? Ja. Ich verliere sowieso wieder. Ich verliere sowieso wieder. Du legst deine Nova hinten. Ja. Hier hol dir die. Take the Nova, my friend. Take it. Oh ne Antique. Oh ne Antique. Steps. Oh, ist das Steps? Du stehst dem Typen gegenüber. Steps. Ja, aber ich habe zuerst die Steps gehört. Und dann. Mach der Steps. Step, Step, Step. Step. Mein Ace. Nix da. Der Typ. Der Typ spricht wenn ich was verhindert. Mein Ace. Vergiss es. Das ist mein Ace. Anspruch auf Ace. Jetzt bin ich den letzten. Mein Ace. Arsch. Was? Toha. Schieße mit den Rücken. Schieße. Das ist mir echt überlegt. Der Ace ist real. Ich hatte Anspruch auf Ace. Ace ist oft. Ace ist oft. Ja, okay. Der Ace gönne ich dir auch. Dankeschön. Der hast schön gespielt. Ich nicht. Ich weiß schon, warum hier 4 Sun in Opposition draufsteht. Mit meinem Aufkleber. Ups. Ich habe, glaube ich, gerade auszusehen meine Smoke geworfen. Nein. War es wohl nicht. Halte ich jetzt für ein Gerücht. Ich glaube immer nur, dass ich AWP habe. So Bullshit. Hoff. Dreie durch. Ich bin tot. Melone. Das kann doch nicht sein. Weißt du, du sagst links durch. Drehe mich nach links. Indem er kommt von rechts. Kugel dir in den Kopf gefolgt, ey. Ah, Action. Dicke. Ja. Ah, dicke Action. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Acht noch auf lange, ey. Auf Melone meine ich. Das ist eine AWP. Hat noch zwei Mitglieder. Melone? Melone ist noch einer. Die, äh, der hat nur noch 13. Rechts. Na. Ich hab auf die falsche Seite schon. Rene, geh links rum und renn. Da ist die AWP. Die steht im Rücken zu dir. Da, AWP. Da, AWP. AWP, AWP, AWP. Schön. Nice one. Oh, ich hab vier Spieler angezogen. Der laggt er. Der laggt er. Der laggt. Der laggt. Der laggt. Der laggt. Der laggt. Ich war grad zum Spiel eingeladen. Nein, ich kann grad nicht. Ich bin schon im Spiel. Assasino? Wurde ihr grad auch? Ja. Nein, nein, nein. Ich sollte sehen, dass wir im Competitive sind. Ach. Äh, last round. Du bist schon. Von der Runden. Rundenhälfte. Ja. Ist das schön? Willst du wieder eine Rauch rein? Mathe genießen. Ich hab keine Rauch. Ohhhh. Die war schön geworfen. Scheiss. Äh, schön. Ich hab grad was schönes im Puff gefunden. Rausgefunden. Du kannst das schön durch die Holzstäbe durchwerfen. Die Smoke oder so. Lass mal ganz jetzt allein. Das heisst er. Oh, okay. Da ging grad zwei durch. Bei euch. Fuck. Ich rotate zu euch. Ist noch B, 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 B. Hallo. Ich brauche Hilfe. Ich bin auf dem Weg. Achso. On my way. Oben. Oben an Kisten zwei. Kommt jetzt. Kommt jetzt zur Mitte. Drei. EO. EO rennt voll an dem vorbei. Läuft. Nee. Der ist ja runter. Der hat mich nicht angeschossen. Nur die beiden oben. Achso. Ist eigentlich kataklisch ungeschickt, dass ihr beide von dort kommt. rechte Seite einer an der Ecke. Kommt gleich einer ums Eck. Was ist der letzte? Jetzt rush drauf. Jetzt rush drauf. Hier ist links irgendwo. Hoist er. Da. Unspot. 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 Fuck. Verdammt. Hat nachgeladen. Ja. Der wird jetzt nicht kommen. Du weißt, dass du einen Herrn hast. Oh, eine Pistole. Oder versuch, Wolfis Auge zu holen. Irgendwo fest, ich seh nix. Siehst du den Schatten? Da war gerade ein Bein. Oh, Diffuser. Hast du einen Diffuser? Bitte, sag ja. Ja, hat er. Ja, ich muss das nur noch sicher gehen. Wenn ich in den kleinen Zeher schieße, dann... Oh mein fucking Gott. Auf mein Bein, das ist weg. Ganz ruhig. Ja, ich muss das nur noch sicher gehen. Ganz ruhig. Danke. Jihad, äh, oder so. Wett, gut. Sorry, der musste sein. Und jetzt? Lass uns mal b-rushen, direkt. Okay. Haben die bei uns ja mal schön gemacht. Ich will die Bombe nicht. Das ist ein Bombe. Ihr weiß, was ging gut? Ich nehm, ich nehm. Nein, ich will. Oh. Ne, kann er ziehen. Jetzt hat's ne Halbster. Ich will sie brauchen, hab ich gesagt, ey. Warum hab ich sie jetzt schon wieder? Das ist wahnsinnig. Egal. Scheiß drauf. Rush. Was ist das Shit? Ich hab das nicht gut abbekommen. Aua. Ich plante. Eh, eh, eh. War ein schöner Rush. Wir haben alle überlebt. Wir haben alle überlebt. Ich schau nach hinten weg. Fünf haben alle überlebt. Ich schau nach hinten weg. Ich schau nach hinten in Richtung Spawn. Alter kam bei mir. Ich, ich, ich schau die Spawn. Ich seh da perfekt rein. Ja, so viel eingehen gibt's nicht, wie die Leute sind. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Ey, ew, du Stillkealer. Du Stillkealer. Ach, verdammt. Ich hörte den ganzen Tag falsch. Stillkealer. Glück ist nicht wieder der Dealer. Der Stillkealer. Der Stillkealer. Der Stillkealer. Ich hab gehört, der B-Rush funktioniert gut. Ich hab gehört, ich renne vor. Ich hab ne Shotgun. Ich hab ne Shotgun auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Ein Döner. Übrigens. Ich hab jetzt auch noch meine Antik-Sammlung komplettiert. Übrigens nur die PP-Bisern in Antik. Es gibt bald die AWP-Antik. Viel Spaß beim Sparen. Boah, die will ich haben, man. Die ist wahrscheinlich so teuer. Gut, da stehen Legals aufpassen. Ich verteile dir drüber. Ich will Tate. Komm mit. Der zweite hat noch 74. Steht hinter den Küsten. Der Rote-Tate. Der Rote-Tate. Der Rote-Tate. machen kannst. Oh ne P90. Das ist ja meine. Das war ne Schweige. Das ist meine. Ich fass das nicht. Was ist das wirklich so bescheuert in der Situation vorzurushen? Keine Ahnung. Ganz ähnlich. Gerade willst du deine P90 haben, ich will, äh ja. Ich hab ne Acker. Ähm. Hat jemand was dagegen, wenn wir mal auf A gehen? Ne, ich will jetzt auch auf A gehen. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich meine A-Wir nehmen, aber okay. Äh, machen A-Split, 3 Laster, 2 gehen Mitte. Dann Puff vorbei. Ich gehe Mitte. Ich gehe auch. Laster. Ich nehm das schwere Laster auf mich. Ich bin witzig, ich bin der Rene. Da ist jemand. Irgendwie ist du voll? Ich will mal sagen, da ist jemand Feindliches. Nee, Auto? Keine Auto, Jim. Nice. Doch. Du hast keinen Schein genommen? Steps on A. Nein, ich habe keinen Schein genommen. Der bei Melone erschoss. Das hat geklangen. Sehr witzig. Und noch? Oh. Ja, hab ich tut. Und ohne Schuppen klingt witzig. Oh, hallo. Ich hätte fast abgeschossen. So was. Au. Ups, sorry, U. Ender, ender weg. Tu's auf. Ender weg. Sorry, sorry. Ach, das war schon letzte. Ach, hab ich nicht aufgepasst. Ich hab dich leider geteamkillt, sorry. Shadow. Ja, du bist mir voll in die Schussbank gelaufen. Oder ich bin hinter dich gelaufen gelaufen. Haben keine M4? Achso, die haben noch keine M4. Will jemand eine P90? Ich hab eine P90 zum Vergehen. P90. Ich hab immer noch meine AK. Ich hab immer noch meine AK. Ich brauch keine P90. Diesmal gehen wir alle Richtung A, Mitte, aber auf B. Witz! Witz! Bin nix verwirrt. A, B, Mitte, C. Folgt mir einfach, folgt der Bommel. Warum hab ich eigentlich die Bommel? Will ich auch nicht. Was nach hinten? Hey Zwerger, hey Zwerger, hey Zwerger, ho. Hey Zwerger, hey Zwerger, hau, hau, hau. Go, 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 du! Ist mir doch wurscht. Bläh! Wir sind grad im Puff, deswegen sagen wir hau. Ich hab grad auf A ein bisschen Harassment mit nem Fire. Ich hab schreiben müssen, tut mir leid. Ich harass mal weiter auf A ein bisschen. Oh, der is making some trouble. Wo muss ich da jetzt eigentlich hinlaufen? Oh, da erlebt er noch was, aber jetzt nicht mehr. B. Achso. Da kommt. Ich will nur ein Knife kill. Ich hab meine Zeugs nicht umsonst gekauft, diese Runde. Mitte. Kommt gleich, wo wir herkamen, kommen sie gleich. Ich bin grad auf Windows. Können sie ruhig. Also halt im Shop. Wer ist Zebs? Oh Gott, da, bei mir. Ja. Ja, haben wir doch gesagt. Zebs bei mir. Na! Ich hab nicht ge... Zeus kill! Komm zurück, komm zurück, Geo. Ich bin tot. Mitte. Wir sehen. Schön, schön, Geo. Ich fand die Zeus und die Knife kill. Das bringt Kohle. Mit der Ansage. Das ist die letzte Runde. Oh stimmt, das ist die letzte Runde. Ja. Ja, aber der saß da mit Ansage von uns beiden. Habt ihr beide geneift? Ne, ich hab die gezeust. Ja, gezeust. Da hunted er. Ich will explodieren. Ne, setz dich drauf. Ich wollte ihn nur ein bisschen. Hätt sowieso nichts machen können. Ach, schön. Nein! Silber 4! Silber 4! Ich denke das. Ja, schön. Okay, schöne Runde hat Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal. Schau mal auf den Nöttinger. Oh, der hat ein bisschen höheren Rang. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.